so leute da sind wir bei endlich wieder bei minicraft die vorherige folge ist leider abgeschmiert ich habe schon mal meine kraft aufgenommen aber leider ja auch gut so kann wir sind hier an einem großen bauprojekt wir haben hier eine mächtige höhle eine steinfestung oder wie man das auch so nennt wenn man es hört im hintergrund ein bisschen musik und das aufnahme wenn ich nicht lauter sonst hört man uns reden nicht und dann habe ich beim aufnahmetool pro optionen geändert dass es eventuell hd qualität gibt aber das muss ich testen wie das ist also kommt demnächst so das video und dann habe ich das wasserzeichen weg gemacht dieses wasserzeichen eben du bist kurz rück ich erzähle jetzt was meine fresse du kannst nachher reden wenn ich ausgeredet habe solange kann die welt erkunden was auch immer oder kannst irgendwie dein eigenes ding bau aber nicht ja aber doch nicht wenn ich mich so umdrehe oh mein gott das sieht so scheiße aus macht eine rüstung weg ohne rüstung sieht es irgendwie besser aus aber egal das ist ein neuer skin übrigens ich habe mein skin hier wartet ich bin itachi ojia werde es jemand wenn es jemand kann ich sehe so aus hallo ich bin itachi von naruto guckt in mein sharingan ich hab doch gesagt jetzt hat doch mal die schlauze ich tue ja doch kommentiere und zweitens ich tue hier was bau und was mach schon du hier scheiß ich glaube man ja mann wegen dir kreischen wegen dir kriechen schnupfen mann komm das nächste mal nämlich ohne dich auf dann kann ich ihn ruhe rede was ich hier reden will ich muss hier ein bisschen kommentieren und nicht immer noch bau sonst schnapp ich die handgottes aus ich schnapp mir den stuhl und knall sich an die wand und jetzt vielleicht kommt die polizei und verhaftet dich warum machst du ich hoffe die nachbarn hören das nicht sonst kommt der dicke fette nachbar von oben und knallt mir in den arsch oder setzt sich auf mich drauf weh du machst in meiner map irgendwas kaputt zumindest an meiner höhle oder bergfestung ich weiß noch nicht richtig was ich hier mache ich mache einfach so fantasievoll hier was bauen und nebenher wollte ich was reden aber bei dem spaß die geht es ja wohl nicht also muss ich das irgendwann mal alleine machen ja wie geil ist das lied ist cool also das lied ist cool weil er gerade läuft zumindest finde ich es gut oder das just cause 3 lied oder weiß was das lied könnte jetzt zu mir passen aber ich mache es gleich danach nach dem lied ich mache ich das lied rein wo ich auch cool finde wo voll zu meinem psychotherapeuten passt äh nein ich meinte zu meiner Laune die klatsche ich jetzt machen schon was machst du da drüber ich ja was machst du darüber muss was machen du drohe So, dann klatschen wir mal die Fackel dahin, ok eins weiter, auffick dich doch, doch nicht da unter, nein, fick dich nicht, du kannst dich nicht ficken. So, weiter geht's zum Bude. Warte, noch so was bist du? Ist das gerade? So, dann kannst du es. So, was, 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 was ist denn das da hinten? Kann man da eigentlich Werbung aus? Ok, jetzt kommt das eine Lied, wo ich, ähm, muss der ungefähr passen. Sag, was machst du mit deiner ganzen Tierräder? Die verkriechen sich alle in meine Höhle. Raus da, raus da, raus da. Sch, 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 sch. Sch, 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 sch. Mir fehlt ein Tirp. Da ist Fleisch. Die, seit wann sind da diese Bäume? hoch Da hängt wieder die Aufnahme oder so. Also sollte irgendwann mal eine Anzeige von einem toten Mann in der Zeitung stehen, dann ist das Philipp. Denn dieser Kerl bringt mich heute schon wieder auf Extreme. Auf extreme Laune. Vor allem, was hast du mit diesen Scheißfackeln da oben zu suchen? Ja, ist er frei. Und zweitens, du hast mein Schild weggemacht, du Verste. Da. Guck mal, Edgar. Guck mal, Edgar. Ach, hör doch auf. Seit wann kann man auf Tiere reiten? Was ist das denn? Und wieso heißt das Schwein Edgar? Wieso bist du eigentlich in einer Höhle? Kann man eigentlich da noch Wölfe reiten? Ist ja cool. Und hör auf mit diesen Scheißfackeln, Junge! Ich glaube, ich bring den echt mal um. Nur leider darf ich das hier nicht laut sagen, sonst kriegt man es in den falschen Halt. Und natürlich darf ich ihn nicht umbringen, sonst komm ich in den Knast. Wie kann man eigentlich so auf Tiere reiten? Ja, wenn ich auf Tiere reite, dann geht's schon. Was? Ja, was? Ja, wie kann man auf Tiere reiten? Ja, du brauchst einen Sattel. Im Übrigen, hat's denn überhaupt neue Sachen? Ja, hier ist neue Pfeile, cool. Ach, stimmt ja. Das habe ich vergessen. Ich glaube, bei der Aufnahme habe ich es noch nicht gesagt. Ähm, es gibt eine neue Version von Minecraft. Ah. Ja. Dann gibt's also doch schon Pferde, oder wie? Was ist denn das? Ja. Feuerkugel. Was ist denn eine Feuerkugel? Dann würde ich das... Äh, das hätte ich lieber nicht machen. Ja, dann hätte ich das ganze neue Zeug in der nächsten Aufnahme mal, äh, testen. Diamantpferderüstung. Goldene Rüstung. Eisenpferderüstung. Ah ja, da ist der Sattel. Egal, egal. Aber da gibt's leider nichts Neues bei ihm. Hausdekorieren. Und das mag ich schön verschieben. Und bei den Blocks gibt's auch nichts Neues. Ui! Aber hier bei Schwerter und bei dem Graszeug. Was gibt's denn da Pfeil, Giftpfeil oder so? Gibt's dann, äh, neue Schwerter, wo man verzaubern kann, oder? Okay, ja. Ja, ich frag doch bloß. Ja, klar, ich lasse gegen den Baum. Okay, ähm, dann klatschen wir mal die Aufnahme weg. Und, ähm, hoffentlich wird die Aufnahme, äh, fertig sein und hochgeladen. Und dann, äh, werden wir gucken bei der nächsten Aufnahme, wie's dann weitergeht. Dann, äh, gibt's irgendwann mal eine Folge, wo ich alleine rede. Ohne Fülle, der mich sonst in den Wahnsinn treibt. Und würde ich hier meine Map schnellstens verlassen, bevor hier noch weiteres Schlimmes passiert. Oh, wie hier? Ein Esel. In Esel? Das bist du, guck dich an, du Esel! whalesonstruhe! Also, dann beenden wir gleich auf 13 Minuten und sagen Tschullü, Ciao, Ciao, Tschüss mit V. 13 Sekunden, Und wenn die Folge ein paar Sekunden Überlänge hat, dann egal. ich beende die folge ab 13 minuten und sage tschau tschau mit dieser aufnahme und hoffe dass alles klappt